Hallo zusammen, liebe HC Altenfans. Vielen Dank für diese vielen Fragen. Ich freue mich, diese zu beantworten. Der grösste Einfluss auf meine Entwicklung hatte sicher die verschiedenen Trainer. Seit klein hatte ich immer einen super Trainer. Je älter ich wurde, desto besser sind auch Trainer geworden. Ich hatte wirklich das Glück mal einen kanadischen Trainer zu haben, mal einen Schweizer, jetzt einen schwedischen. Jeder einzelne Trainer hatte gute Sachen und weniger gute. Aber ich konnte wirklich von jedem profitieren und das hat mir sicher am meisten beeinflusst. Die erste Saison Alten hat mir super gut gefallen. Ich bin mega gutes Team aufgenommen worden am Anfang, als ich gekommen bin. Die Jungs sind super Typen, ich konnte wieder gute Freundschaften schliessen. Es ist sehr familiär beim HC Alten, was ich auch mega schätze. Die Umgebung ist ruhig und auch eine super Wohnung in Haigendorf mit dem Sedi zusammen. Ich fühle mich wirklich wohl. Klar ist, die Saison jetzt nicht so verlaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber ich glaube, nächstes Jahr haben wir etwas Gutes gemacht und ich freue mich auf alle Fälle schon wieder mega, wenn die Saison anfängt. Das grösste Verbesserungspotenzial habe ich sicher in der defensiven Zone. Ich denke, zum Teil wäre es gut, wenn ich etwas ruhiger bin, vielleicht nicht so hektisch. Ich bin zwar, glaube ich, ein Spieler, der von Emotionen erlebt und halt auch recht explosiv ist und das kommt man in der defensiven Zone nicht so gut. Dort ist es wichtiger, dass man vielleicht zum Teil lieber mal den Sturm noch etwas draussen lässt und die Inside-Position behaltet. Und ja, dort kann ich sicher ruhiger werden. Und das physische Spiel natürlich über dem ganzen Eisfeld verteilt, der mich auch verbessern kann. Das hat sicher aber auch damit zu tun, im Sommer her zu arbeiten und schwerer zu werden, mehr Muskeln zu bekommen. Und ja, offensiv finde ich, könnte ich an der blauen Linie ein Spielchen mehr an mich reissen, sicher mehr aufs Goal schiessen und das Goal auch treffen, was das Wichtigste ist. Beim Goaltreffen habe ich sicher am meisten Potenzial. Als kleiner Junge bin ich zuerst Stürmer gewesen, weil ich es natürlich geliebt habe, Goal zu schiessen und dann ab dem Moskito bin ich Verteidiger gewesen und dann ist es ein bisschen das Hin und Her Wechsel gewesen bis zu den Novizen und ab dem zweiten Jahr Novizen bin ich dann fest Verteidiger geworden und habe es bis jetzt nicht bereut. Also es gefällt mir wirklich super und ich werde nicht mehr zurück auf Stürmer wechseln. Vor der Heimm-Matsche ist mein Ritual ein bisschen so, das überstreckt sich den ganzen Tag. Also zum Mittagessen habe ich immer Eis am Goulet und nachher gehe ich hinlegen, so für eine Stunde, für 40 Minuten bis zu einer Stunde. Dann, wenn ich aufstehe, ist dann bin ich meistens auch schon wach, dann geben wir ein oder spielen ein bisschen Dart. Sie sprechen einfach, essen zusammen zu feiern. Dann gehen wir zusammen ins Stadion und auf der Fahrt hören wir immer das gleiche Lied. Drei, vier Mal. Und ja, dann in der Garderobe eigentlich nicht mehr gross, nur dass ich alles mit rechts zuerst anlege. Also rechten Schlittschuh zuerst. Bei der Schimbachschuh zuerst recht und bei der Elbachschuh zuerst genau das gleiche. Aber sonst habe ich kein spezielles Ritual. Ich glaube, es gibt andere Spieler mit verrückteren als ich. Ja, vielen Dank für diese vielen Fragen. Es hat mir Spass gemacht, die dürfen für euch zu beantworten. Ich freue mich schon wieder aufs Kleinholz mit euch. Bleiben gesund und Heben sorg. Ciao zusammen.